Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder für euch von 7 bis 15 Uhr im Haus. Heute findet eine Infoveranstaltung ganz im Sinne der Pflege statt. Wir informieren über unseren Pflegebasiskurs von 480 Stunden, inklusive Führerschein oder auch ohne, wenn ihr schon einen habt. Der Erziehungshelfer kommt noch dazu. Den lassen wir ab 2.9.2019 zu. Den könnt ihr dann auch bei uns machen, aber jetzt aktuell geht es um den Pflegebasiskurs, der am 29.07. startet. Und jetzt gebe ich euch mal kurz weiter an Risi. Schönen guten Morgen. Also wir bieten auch nicht nur Lehrgänge in der Pflege an, sondern auch im Sicherheitsbereich, wo auch der Kurs am 29.07. beginnt. Ja, da kann man im Flughafenbereich arbeiten, in der Sicherheit oder auch als Pförtner oder auf Veranstaltungen. Ja, es macht sehr viel Spaß, weil ich selber aus diesem Bereich gekommen bin und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018